Ah, der nächste. So, kurzes Video aus der Reihe, nur weil es das gestern nicht in den Newsflash geschafft hat, weil es da noch nicht passiert war, sondern erst gestern Nacht passiert ist. Und ich habe mir gedacht, das ist aber sehr wichtig, deswegen mache ich dazu ein extra Video. Es geht um Karim Hunt, es kam gestern von TMZ ein Video raus oder TMZ Sports, auf jeden Fall irgendeiner TMZ Unterabteilung, was Karim Hunt zeigt bei einem Vorfall, von dem die NFL wusste, von dem die Chiefs wussten. Aber für die NFL und für manche Teams brauchst du ja manchmal ein Video erst, damit die überhaupt zum Handeln kommen. Und da hatten wir jetzt das beste Beispiel davon. Aber hey, ich sage mal, wenigstens wurde gehandelt. In dem Video, ich glaube, der Inhalt wird offiziell mal damit beschrieben, dass Karim Hunt eine Frau schubst und tritt. Und deswegen haben die Chiefs ihn jetzt sozusagen entlassen. Es haben ein paar Schritte dazu geführt, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Aber mir ist bei sowas, weil es da ja jetzt gefühlt 80.000 verschiedene Meinungen gibt, alle ein bisschen unterschiedlich, aber insgesamt in einem sehr großen Spektrum, in sehr verschiedene Richtungen auch teilweise, und da ist es mir wichtig, dass ihr vielleicht versucht, nicht Meinungen von irgendwem, ob es nun von mir ist oder von irgendwem anders, nachzuplappern oder irgendwas nachzuplappern, weil ihr das Gefühl habt, dass es richtig ist. Vielleicht guckt euch einfach mal das Video an. Vielleicht nicht, wie gesagt, wer sehr, sehr zart beseitet ist, der vielleicht nicht. Aber es ist wirklich nicht so brutal, dass es irgendwie schwer ist, sich das anzugucken oder sowas. Vielleicht guckt euch das Video an oder lest euch durch, was drin passiert. Und dann bildet ihr euch eine eigene Meinung oder sowas. Das halte ich immer für relativ klug. Insgesamt sagen jetzt viele Leute, die Chiefs haben richtig gehandelt. Und ich bin nicht dumm genug, um mich öffentlich dazu zu äußern. Aber sie haben ein Statement rausgegeben und in dem Statement heißt es Earlier this year we were made aware of an incident involving running back Kareem Hunt. At that time the National Football League and Law Enforcement initiated investigations into the issue. As part of an internal discussion with Kareem, several members of a management team spoke directly to him. Kareem was not truthful in those discussions. The video released today confirms that fact. We are releasing Kareem immediately. Ich bin jetzt hier, um quasi der Grinch zu sein und den Heiligenschein ein bisschen von den Chiefs wegzunehmen. Denn Kareem Hunt war zum Beispiel schon auf der Commissioner Exemptioner, wie auch immer die Liste heißt. Also auf der Ausnahmeliste vom Commissioner. Das heißt, er hätte weiter sein Gehalt gekriegt, hätte weiter ins Gebäude gehen können, hätte im Gebäude dort Hilfe kriegen können, wenn er zum Beispiel, wenn sein Problem Drogen gewesen wären oder sowas. Oder halt auch Beratung, Anger Management, was auch immer. Hätte aber nicht mittrainieren dürfen und hätte nicht mitspielen dürfen. Das heißt, niemand kann da auch absehen, wie lange man auf so einer Liste bleibt. Der wäre vermutlich während der kompletten Investigation auf der Liste geblieben und hätte den Chiefs sozusagen eh nichts gebracht, plus sie hätten weiter bezahlen müssen für ihn. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, in der Erklärung und auch wenn man das Ganze mit Tyreek Hill vergleicht, dann klingt es so, als ob er nicht wegen der Tatsache, was da mit der Frau passiert ist, aus dem Team geschmissen wird oder entlassen wird, sondern aufgrund der Tatsache, dass er Managementleute angelogen hat in Gesprächen direkt. Das ist ein bisschen, bisschen merkwürdig. Versteht mich nicht falsch, es ist sehr klug von den Chiefs, dass sie so schnell reagiert haben, aber es ist merkwürdig. Es wird sich jetzt zeigen, ob Kareem Hunt von den Waivers geclaimt wird. Ich habe in dem Newsflash von nachher ein bisschen im Ruben Foster Beispiel drauf geredet. Newsflash kommt in vermutlich ungefähr einer Stunde nach dem Video hier. Da kläre ich ein bisschen, was geclaimt und sowas heißt. Ich nehme nicht an, dass es passieren wird. Ich gehe aber fest davon aus, dass er nochmal Football spielen wird. Also fangt mit der Information an, was ihr wollt. Seid wütend, seid froh, wie auch immer. Aber ich frage mich nur, wieso Tyreek Hill noch bei den Chiefs spielt.